So, da sind wir wieder hier bei Let's Play Try It's Evolution together mit mir, Zocky, iPhone und Corsi. Jetzt machen wir ein privates Spiel. Genau. So, eingeladen. Okay. Warte, ich muss noch bestätigen. Reg dich nicht auf. Regen Sie sich nicht auf, bitte. Alter, wenn ich jetzt weiter die ganze Zeit meinen scheiß... ne, scheinbar meine scheiß Kohle getrinkt, dann muss ich wieder pissen. Aber ich hab Durst. Deshalb rate ich dir davon ab. Durst. Passt jetzt, oder? Jaja, ich hab dich... achso, Party zum Spielen an. Ja, sollte man machen. Durch. Okay. Ups, jetzt hab ich die Party verlassen. Ach du nur. Sorry. Mach keinen Terz draus. Ne, ich mach ne Quinte draus. So, nochmal. Bitte. Party zum Spieleinladen. Fitte, fitte Party. Leute, ich hab mit PNG und JPG mal unterscheidet und es gibt überhaupt gar keine Unterschiede. Okay, dann, jetzt lad mich mal bitte ein. Hab ich. JPG hab ich übrigens... Party zum Spieleinladen muss noch kommen. Hab ich gemacht. Geht aber nicht. JPG hab ich übrigens... Okay, dies sollte natürlich nicht am Anfang der Aufnahme wieder sein. Aber gut, egal. Einladung wurde erfolgreich gesendet. Du musst bei F2 auf meinen Namen klicken, glaub ich. Und dann kannst du's annehmen. Ja, hab ich ja gedrückt hier. Da kommt... Da steht noch Block and Remove Friend. Nein, du musst auf meinen Namen drücken und dann dürfte da annehmen stehen oder accept. Jetzt geht's. Ja, geht doch. So. Und jetzt nochmal. Spaz, ich muss mein Spieleinladen. Äh, ich nehm auch einige Wallpaper, die einfach nur gut, äh, aussehen. Also die nix von Trials Evolution zu tun haben, weil sie einfach gut aussehen. Lol. Äh, das, das wird man aber nicht merken. Keine Sorge. Schön. Ja, was ist jetzt? Ich hab dich eingeladen. Da steht immer noch Leave Party, aber sonst kam keine Mail. Du musst auf meinen Namen drücken. Hab ich gerade schon. Bitte tu das jetzt, bitte. Alter. Guck, das ist eben billig scheiß. Dann lad ich dich. Dann nehm ich bei dir an. Ach, ich... Boah, ey. Hab ich jetzt gemacht, ich hab dich eingeladen. Also chill. Annehmen. So, und jetzt warte. Party zum Spiel einladen. Chill your life. Jetzt müsste es gehen. Annehmen. Chill your life. Also du kannst wieder keine guten Maps aussehen, weil du keine guten Maps kennst. Ja, das tut mir leid. Verbindung zum Monster Fehlgeschlagen möglicherweise wird durch deine Natchez-Konfigurierungen... Egal, rennen und suchen und... Hardcore Trials, okay? Leute, ich mach jetzt einfach so viel, jetzt hab ich nichts wie ich kann, ja? Ja, hol mal rein. Bis zehn Folgen, bis irgendwas, ja? Ja. Passt. Dann könntet ihr die ja immer einsetzen. So, Spieler wird gesucht. Da kommt ja die Kursitzqualität zum Vorschein. Alter, da passiert hier nix. Ja, äh... Ja, jetzt. Danach müssen wir dann... Ähm... Verdammt, oder? Ja. Wir können danach mal kurz schauen, dann musst du glaube ich noch wieder das umstellen, weil sonst können wir nicht ins private Match und das ist kacke. Weil im private Match kann man abspringen und hier nicht. Gut. Okay, das wird wieder was hier. Das sieht nice aus. Ja, finde ich auch. Aber wird sicher schneller werden. Ach du Scheiße, ich fliege direkt aufs Maul. Gleich eins aufs Maul. Ey, das gibt's nicht. Und das kann ja was werden hier. Das... Das ist der Part. Lol, da stößt alles ein. Was für ne Scheiße. Okay, jetzt passt's. Mensch, Meier in der Hutschachtel. Mensch, Meier in der Hutschachtel. Ajo. Und der Explosion ist wieder am Start. Explosion. Wer ist es? Ja, die Explosion. Ach so, der... Ich dachte, der Explosion ist irgendwie ein Kumpel von dir. Nein. Hahaha, lol. Ja, der Explosion, wenn schon die Explosion. Warum hatte ich jetzt einen Lag? Frag ich mir. Irgendwie hat ein Stream weniger geleckt als hier, was keinen Sinn ergibt. Mein Stream ist ja aufwendiger als... Was ist denn? Alter, jetzt geht das hier nicht. Ich komm da nicht hoch. Lol, was ist das für ne Scheiße hier? Nein. Dumm, 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 dumm. Ja klar, er hat's direkt geschafft. Ist klar. Gut, das nicht. Sowieso, aber ich war sowieso auch am Ende fast, von naja, ist in Ordnung. Fliegende Fische, die ist übelst schwer, deswegen machen wir irgendwo da draußen. Aber irgendwo da draußen ist noch schwer. Irgendwo da draußen ist noch schwer. Ich hab da keine Ahnung, wie viel Versuche gebraucht. Ich hab's dann auch nicht geschafft. Naja, ich hab da irgendwie 200 oder so gebraucht. Schon mal gezockt. Früher. Ja, früher. Ewie hier. Wo du nicht dabei warst. Oh, oh. Mein Ohr hat wieder gepiept. Alter, was für ne Scheiße. Muss ja auch immer wieder machen. Blöde Kacke. Du bist immer noch bei deinem ersten Hindernis. Ja, weil das einfach ne Scheiße ist hier. Mit, mit Tastatur halt. Ich kann mir halt keinen Controller leisten. Ich bin halt arm, weißt du. Andes hat einen guten Controller für 10 Euro oder so gefunden. Hat er auch. Gefunden am Sperrmüll oder was? Nein. Bei Amazon. Bei Amazon. 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 Okay. Nein, Amazon. Kann man genauso sagen. Loop. Hat zwar nichts mit dem Move zu tun, aber gut. Ich bin an meiner Thumbnails verknallt, ey. Der Thumbnail-Ersteller. Heiratet sie doch. Kennt jemand Skates Thumbnail-Tool? Ja, das ist scheiße. Das taugt nix. Der kann's nicht, der es erstellt hat. Der letzte Müll. So ein Lappen, Alter. So ein Lappen. Da mach ich lieber mit Photoshop und krieg gescheite hin. Also, die sehen dann besser aus als so ein Ranz. Ich krieg mit Paint besser hin. Das Ergebnis seht ihr bei meinen Thumbnails später. Ja? Das gibt's da. Das ist einmal so was. Das ist einmal so was. Das ist nur 90-Lotballon. Die Läden. Die Läden. Die Läden. Die Läden. Die Läden. Die Läden. Das ist das Beste an meinen Thumbnails ist, dass ich manchmal irgendwelche Spieler raufsuche, die gar nichts mehr mit zu tun haben. Aber das ist auch nicht merken können, dass das von diesem Spiel ist. Oh Mann. Das ist das Beste. Oh Frau. Bitte? Nein. Das war okay. Oh Mann gesagt, da hab ich gesagt. Oh Frau. So. Ich flieg da immer ins Wasser. Ich komm da nicht auf diese Tonne. Wieso denn? Weil das irgendwie nicht geht. Ich hab die Dings 450er. Ist das gut dafür? Nein. Okay. Dann verstehe ich alles. Man nimmt einfach immer die 250er, außer bei der Riesenroute. Dann bist du auf der sicheren Seite. Weil die 250er ist wirklich beim Großteil der Maps besser geeignet. Ja stimmt schon. Ah hier. Single top of the world. Was? Single top of the world oder was? Ja. Wann sind wir da faire in den 6 Wochen oder? Sagt mir nix. Voll keine Ahnung. Das war so ein R&B-Lead oder so. Keine Ahnung. R&B. Baker Man. Is breaking bad. Breaking bad. Du ist eins. Kirsche. Leiker Commander Krieger. Die Kirsche. Alter, wie an der Stelle wer es denkt. Junge, lach mich nicht aus. Sonst können wir es direkt wieder löschen. Ich hab auch keinen Bock drauf. Okay, tschüss. Ich drück auf das Elf. Auf Wiedersehen. Lutschen. Nee, weil ich hab ja keinen Bock drauf. Nur weil ich nicht gut spielen kann, dass ich dann immer irgendwie... Nein, ich muss nur lachen, weil wegen der 450er ist es ja nicht wegen deines Skills. Wenn du die 250er gehabt hättest, wärst du ja schon längst viel weiter. Ja eben und deswegen nehm ich jetzt auch die 250er. Ja. Ist ja klar. Erneut spielen. Genau. Ben McCain. Mein Hintern tut weh. Es gibt so eine Pommesmarke, die heißt McCain. Stimmt. Die schmeckt ganz gut. Kann der mal akzeptieren, diese Ben Stiller. Ben Stiller. Homerun. Homerun ist beste. iPhone, ich hoffe, meine Tampneels schmecken dir. Und mir auch vor allem. Mir auch. Ja, dir auch. Hast du die gut gesalzen? Klar. Übrigens fehlt da noch ein bisschen Pfeffer, ne? Sonst schmeckt das nicht. Ja und ein bisschen Tabasco würde ich auch noch empfehlen, weil das... Genau. Echt mit dem letzten Pfiff. Sonst sollte das ja später noch schärfer, oder? Schätz schmacken. Ja. Und vor allem, äh... Ja, keine Ahnung. Vor allem? Keine Ahnung. Tomatensaft fehlt auch noch dazu. Als Getränk. Ja, lecker. Warum? Leck? Bei mir ist es überhaupt keine Legs, Alter. Wie geil. Ja, an manchen Stellen. Nur so... Nur so ein kurzes Standbild. Kurzes Standbild. Das ist... Guck mal. Das ist ein Standbild. Boah, jetzt läuft es gut hier. Jetzt geht es los. Homerun ist beste. Der eine Mongo ist im Ziel, ey. Lol. So ein Lappen, Alter. So ein Lauch. Ja, und du auch. Was geht denn? Wie schlecht bin ich denn? Das war auch nicht besonders schwer. Ich kriege ein DNF. Was ist denn los mit mir? Ja, es gibt ein DNF. Leck mich. Was war's? Da hat er gelitten. Hat er schon wieder gelitten hier. Oh Mann, lass den armen Bauer doch lachen, wie er will. Weißt du noch, quasi. Da geht ja vier. In dem letzten Part. Was geht denn? Ich bin kein Bauer. So dann, ne. Verdammt. Ne, da habe ich gesagt, ich bin nicht arm und so, weißt du. Aber egal jetzt. Verdammt schwer. Ben McCain hat eine scheiß Verbindung, der Affe. Ja. Mal lutsch. Trotzdem hat er gewonnen vorher. Baker, man. Is baking bread. Bread. Ich dachte immer, bad. Hm. Er backt Bette. Bad. Er backt das Schlechte. Oh Mann. Bread. Mann, dieser Ben McCain hat echt einen scheiß Ping. Der leckt hier irgendwie Sau bei mir. Ja, aber er gewinnt. Ja, weil er ein Arsch ist. Er zieht alle ab. Ach, fuck. Ja, der ist wahrscheinlich auch ein Suchti. Suchtlappen. Ja, die hatten wir doch schon mal gerade. Ja, aber besser als diese ganz unten Map. Die ist nämlich die größte Müll. Lieber dann die nochmal. Was ist das für ein Scheiß hier jetzt? Na, geht doch. Oh Mann. Oh, die zieht. Die zieht voll, Alter. Die ist voll leicht. Boah, dieser Scheiß Wichser. Die 250er. Die ist voll leicht, Alter. Ich habe mich voll an die 450er gewöhnt. Deshalb ist es jetzt irgendwie ein bisschen schwer. Ich war da ganz kurz weg, liebe Leute. Ja, habe ich gar nicht gemerkt. Aber gut so. Gut so. Ja. Nein, der wird es gar nicht erwähnen brauchen. Ja. Okay. Nein. Nein. Ja, Mann, knapp. Nein. Schade. Immer bei der Stelle. Immer. Nein. Ich finde nicht der gut bei Leuten. Erneut spielen. Was? Werdet ihr eigentlich pro Tag eine Folge rausbringen? Nein. Ich mache zwei. Weil dann kommen wir dasselbe wie bei iPhone. Verstehst du? Ja, war eine halbe Stunde. Genau. Fühle ich an mich, ey. Und derzeit läuft auch kein Projekt. Von daher, Bioshock ist ja pausiert. Daher, ja. Hauptsache etwas bringen, würde ich mal sagen. Und Trials ist ja ein gutes Spiel, muss man sagen. Von daher, habt Spaß. Sorry. Und Freude. Genau. Jux und Tollerei. Wie lange zocken wir schon? Halbe Stunde? Lange. Ja, schon schätze ich. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall noch eine Zeit lang zocken. Ich habe nicht Bock. Jetzt fliegt der Typ wieder raus und dann machen wir hier mal Platz. Braune Kisten können wir mal, oder? Oh, die Map ist Müll. Ja. Ach, lecker. Yes, ich habe gewonnen. Mann, du wirst es noch bereuen. Braune Kisten. Braune Scheiße. Ja. Braune Kisten. Braune Kisten. Und es leckt überhaupt nicht, das ist so geil. Warum heißt das so eigentlich? Weil es die Übersetzer dumm sind. Weil die Kisten braun sind. Mit Explosion voll. Na, Sprengstoff, Alter. Der hat es in sich. Und ich kriege es mal wieder nicht gebacken, ja? Boah, dieses Screen Tearing durch das Nicht-V-Sinn lenkt mich ab wie Sau. Was ist Screen Tearing? Ja, dass es in zwei Helfen geteilt wird, so komisch, dass es bei der einen weiter ist, als ich bei der anderen. Ah, okay. Das stimmt. Das ist total bar. Sehen zum Glück die Zuschauer nicht, aber ich sehe es. Und das ist nun ja scheiße. Na, fuck, Alter. Ja, geht. Super. Super. Da ist nur Snacks. Nur Snacks. Oh, Alter, jetzt komm. Zocki, mach was draus jetzt. Alter, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Hör mal. Okay, ich hab's sowieso geschafft, gerade. Hey, hören Sie mal. Das darf doch nicht weiter nirgeln. Loll. Witzig. Alter, es gibt's doch jetzt nicht, dass ich hier feile. Na, schon. Ah, schon. Ah, schon.